Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Wenn Sie abnehmen möchten ohne Diät und ohne Sport, ist dieser Smoothie für Sie perfekt. Der fette Körper verursacht langsames Gehen. Sie verlieren Vertrauen in der Kommunikation und werden an einer Reihe von Krankheiten wie Herz, Kreislauf, Schlaganfall, Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapone, Gallensteine, Nierensteine und Geburt und bis zu 11 Arten von Krebsleiden. Sie nehmen Diätpillen und nutzen auch Fettabsaugungsmethoden. Die oben genannten Methoden beeinflussen jedoch stark Ihre Gesundheit. Sie verursachen Ungleichgewichte im Körper, die Nieren, Herzkreislauf und Krebs beeinflussen. Wie Gewicht sicher verlieren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der guten Gesundheit? Keine Sorge, solange Sie dieses Getränk jeden Tag trinken, werden die Probleme, die Sie haben, schnell gelöst werden. Das Getränk, das wir in diesem Video präsentieren, ist eine natürliche Möglichkeit, die uns hilft, schnell und effektiv Gewicht zu verlieren, die von Ernährungswissenschaftlern empfohlen werden. Es ist ein Getränk, das natürliche Zutaten kombiniert und viele essentielle Vitamine und Mineralstoffe liefert. Es schafft ein Gefühl der Sättigung für eine lange Zeit und steuert die Kalorienzufuhr und dieses Getränk enthält keine Chemikanien, sodass es sehr sicher ist. Auch bei einer täglichen Verwendung dieses Getränks funktioniert es auch, um die Haut zu verschönern, unterstützt die Behandlung von Krankheiten wie Blutdruck, Diabetes und Krebs. Sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an und Sie lernen, wie man schnell abnehmen und die Ausdauer des Körpers verbessern könnte. Die erste Zutat, die wir verwenden sollten, ist eine halbe Karotte. Experten empfehlen, dass wenn sie eine sichere Fettabbaubehandlung wollen, Karotten eine attraktive Option sind. Die Vitamine in Karotten stimulieren den Stoffwechsel in einer starken Weise, fördern die Fettverbrennung und geben Energie frei, um ihre Gewichtsabnahmereise schneller zu machen. Die Karottenfaser reduzieren nicht nur den Appetit, sondern absorbieren auch die Menge an Kalorien, als der Körper verbraucht. Es stimuliert den Körper, Fett schneller freizusetzen und hilft dem Benutzer, schnell Gewicht zu verlieren. Die Karotten schälen und in kleine Stücke schneiden. Die zweite Zutat ist eine halbe Tomate. Tomaten sind eines jener Lebensmittel, die sehr kalorienarm und reich an nahrhaften Ballaststoffen sind. Darüber hinaus macht der reichliche Vitamingehalten in Tomaten sie auch schneller nach dem Essen zufrieden. Leicht schmeckende, saftige Tomaten hilft die Menge an Zucker im Körper, die angesammelt ist, zu reduzieren und hilft uns auch, Giftstoffe schnell zu beseitigen. Wir hacken die Tomaten. Die dritte Zutat sind 100ml zuckerfreie Milch. Frische Milch ist ein Getränk mit vielen Nährstoffen wie Calcium, Proteinen und vielen Mineralien. Diese Substanzen helfen nicht nur dem Körper, die Gesundheit zu verbessern, sondern helfen auch, Gewicht schnell und effektiv zu verlieren. Calcium und Mineralien helfen, das Gewicht zu kontrollieren und sie werden sich immer voll fühlen. Frische, zuckerfreie Milch macht es auch einfacher für ihren Körper, unnötige Kalorien und Fette zu verbrennen. Dies ist eines der kürsten günstigen Gewichtsverlust-Lebensmittel zur Verfügung. Nun lassen Sie uns die Karotten, Tomaten und frische Milch in den Mixer geben. Die vierte Zutat ist eine halbe Zitrone. Zitronen sind reich an Zitronensäure, einer organischen Säure, die den Stoffwechsel fördert und die Verdauung und Fettverbrennung fördert. Insbesondere das polymere Pektin von Zitronen hemmt auch den Appetit und hilft, Gewicht zu verlieren. Die Menge an Vitamin C in Zitronen kann überschüssiges Fett im Körper abbauen. Gleichzeitig enthalten Zitronen saure Substanzen, die die Eliminierung der lang anhaltenden Fettamsangung erleichtern. Wir pressen den Zitronensaft und gießen ihn in einen Mixer und pürieren ihn. Wir schütten unser Getränk ins Glas. Die letzte Zutat, die zu verwenden ist 1 Teelöffel Honig. Honig enthält reichlich Kalorien, viele Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe, Calcium, Eisen, die sehr gut für den Körper sind, aber keine Fette haben. Honig hilft uns auch, den Stoffwechsel zu stimulieren und übermäßige Fettamsangung zu begrenzen. Jetzt haben wir ein Getränk mit 5 ganz natürlichen Zutaten fertig, die effektiv und schnell beim Abnehmen helfen. Es wird empfohlen, dieses Getränk 2 Mal am Tag zu konsumieren, etwa 30 Minuten vor den Hauptmahlzeiten. Es wird Ihnen helfen, Gewicht schnell zu verlieren, indem Sie überschüssiges Fett verbrennen und Giftstoffe austreten. Wenn Sie diese Methode befolgen, glauben wir fest daran, dass Sie 2-3 kg nach nur 7 Tagen der Anwendung verlieren werden. Darüber hinaus sollten Sie regelmäßig trainieren und eine vernünftige Ernährung haben, um Fette zu begrenzen, um einen perfekten Körper zu haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, sich das Video anzusehen. Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, zögern Sie nicht, Ihre Kommentare in den Kommentaren zu hinterlassen und wir werden schnell antworten. Hier sind einige unserer Videos, die Sie interessieren könnten. Bis bald!